Rund eine Million Fahrgäste sind täglich in über 8000 Zügen mit der SBB unterwegs. Etwa die Hälfte davon im Raum Zürich. Damit sie sicher und komfortabel reisen, investiert die SBB rund eine Milliarde Franken pro Jahr in neue und modernisierte Züge. Genauso wichtig wie die Beschaffung von neuen Zügen ist die Erneuerung der bestehenden Flotte. Bestes Beispiel dafür ist das von der SBB und vom Zürcher Verkehrsverbund gemeinsam getragene Projekt LAYEN. Es steht für eines der wichtigsten Fahrzeugmodernisierungsprogramme der SBB. Die umfassende Erneuerung der ersten Generation Doppelstockpendelzüge DPZ der Zürcher S-Bahn. Diese werden rundum erneuert und fit gemacht für weitere 20 Betriebsjahre. Gleichzeitig verbrauchen sie auch weniger Energie. Der DPZ ist das Rückgrat der Zürcher S-Bahn-Flotte. Wir wollen unseren gegen 500.000 Kundinnen und Kunden der Zürcher S-Bahn auf dem Netz des Zürcher Verkehrsverbundes auch mit diesen Zügen einen zeitgemässen Komfort bieten. Das bedeutet zusätzliche Züge, mehr Sitzplätze, größtenteils Klimatisierung und mehr Information in den Zügen. Dazu braucht es das Projekt LAYEN. Das Projekt LAYEN in Zahlen. Alleine im Industriewerk Olten werden 21 Tonnen Farbe, 11.500 Quadratmeter Bodenbelag und 8.000 Quadratmeter Teppich verbraucht. Dazu werden etwa 10.000 Fenster aus- und wieder eingebaut sowie 460 neue Klimageräte installiert. Und dank der integrierten Wärmepumpe brauchen die Wagen trotz der Kühlung weniger Energie als zuvor. Während in Olten Total 230 DPZ-Wagen komplett erneuert werden, erfolgt in Villeneuve die Endmontage und Abnahme der neuen Zwischenwagen NDW, welche die SBB beim Konsortium von Siemens Bombardier beschafft. Sie verfügen unter anderem über einen Niederflureinstieg für mobilitätseingeschränkte Personen. Neben der Modernisierung und Neubeschaffung der LAYEN-Fahrzeuge revidiert und saniert die SBB auch 115 Lokomotiven des Typs RE450. Im Industriewerk in Iverdon-les-Bains erhält die Lok unter anderem auch neue Fahrmotoren, sodass sie für weitere 20 Jahre auf den Schienen verkehren kann. Einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Zürcher S-Bahn-Züge leistet auch das SBB-Industriewerk in Berlin-Zona. Im Tessin werden insgesamt 30 Lokomotiven des Typs RE420 umfassend erneuert. Dabei spart der Einbau von modernen Steuerungen auch auf diesen rund 40-jährigen Loks Energie. Sie bilden mit den durch die neuen Zwischenwagen frei werdenden DPZ-Wagen 15 Entlastungszüge für die Stoßzeiten und schaffen so für die Pendlerinnen und Pendler zusätzliche Kapazitäten in der Zürcher S-Bahn. Das Projekt LAYEN ist vergleichbar mit einem Puzzle, dessen Teile letztlich zusammenkommen und passen müssen. Genau dies passiert im Reparaturcenter Zürich-Altstetten. Dort stellen die Spezialisten sicher, dass aus den modernisierten Lokomotiven und Wagen neuwertige Zugskompositionen werden, die professionell in Betrieb gesetzt werden und über die erforderlichen Sicherheits- und Typentests verfügen. 2011 sind die SBB und der ZVV mit dem Projekt LAYEN gestartet. Seit 2013 laufen die Arbeiten in industrieller Produktion. Das heißt, alle zehn Arbeitstage geht eine DPZ-Plus-Komposition in den kommerziellen Betrieb. 2018 wird das Projekt LAYEN abgeschlossen sein.